Ja, mal zu dir lieben und was geht Krypto Gang? Freunde, es ist Sonntag und wir machen heute einfach mal ganz entspannt. Ich erzähle euch heute einfach mal auf ganz lässig, was ich, wenn ich jetzt fiktiverweise Neuansteiger wäre, mit 500 Euro anstellen würde und soll vor allem den Neuansteigern einfach mal als kleine Inspiration dienen, was man relativ logisch durchdacht mit 500 Euro anstellen kann, weil viele sich auch einfach im Anbetracht des Dips, den wir momentan durchmachen und die ganzen harten Korrekturen, wo es jetzt logisch wäre einzukaufen, welchen Dip man jetzt am besten mitnehmen sollte. Und da halt der Großteil nicht mit 50.000 Euro Budget durch die Gegend läuft, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht für euch als Zuschauer mal eine coole Idee, wenn ich euch aus meiner subjektiven Ansicht heraus zeige, was ich heute mit 500 Euro so auf dem Kryptomarkt anstellen würde. Dann steigen wir auch direkt ein und das erste wird wahrscheinlich direkt ein Schock, weil wir verballern für den ersten Coin direkt mal die Hälfte unseres Budgets von 500 Euro und das ist ganz klar Ethereum. Warum Ethereum und nicht Bitcoin, Freunde? Ich sage euch ganz ehrlich, meine Ansicht ist, mit 500 Euro brauchen wir nicht anfangen, in Bitcoin zu investieren. Viele Neuansteiger, die noch nicht so ganz im Krypto-Geschehen drin sind, werden sich jetzt denken, hö, Bitcoin ist doch aber so das Maß aller Dinge. Ja, stimme ich euch voll zu, ist tatsächlich so, aber wenn wir uns, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen auf die Coin-Ansicht und den Bitcoin auswählen, ja, anhand der Marktkapitalisierung, die ist jetzt extrem geschrumpft. Freunde, für die, die es nicht wissen, die war vor ein paar Wochen noch bei über 1,2 Billionen. Ja, wir sind da die Hälfte abgesunken, hat viel mit Manipulation zu tun, wird jetzt den Rahmen sprengen, aber anhand der Marktkapitalisierung und der Preisbewertung, die auch wieder relativ niedrig ist, lohnt es sich nicht, hier mit 500 Euro anzufangen. Meiner Meinung nach auch mit 1.000 Euro in Bitcoin anzufangen, ist einfach im Vergleich zu anderen Altcoins irgendwo nicht verhältnismäßig. Da haben wir bessere Möglichkeiten, mit kleineren Beträgen anzufangen, lukrativer einzusteigen und deswegen verballern wir 250 Euro von unseren 500 erstmal in Ethereum. Auch ganz einfach zu erklären, Freunde, Ethereum Rang 2 etabliert. Wir wissen anhand des Use Cases und einfach, weil sich Ethereum seit Jahren unter Beweis gestellt hat, brauchen wir da erstmal nicht allzu viel befürchten und wir haben natürlich potenziell noch extrem viel Luft nach oben. Also wir könnten gut und gerne, wenn der Bull Run jetzt nochmal vernünftig anläuft, dieses Jahr noch, wenn man ganz spaßig drauf ist, notieren wir 10.000 Dollar pro Ethereum. Wir sind jetzt hier extrem niedrig, ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt nebenbei gesagt, um jetzt noch in Ethereum einzusteigen, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich denke, wir werden auf lange Zeit solche Kurse, solche Tiefenkurse bei ETH nicht mehr sehen. Das heißt, 250 Euro nehmen wir uns, platzieren wir im Ethereum und auf lange Zeit werden wir da definitiv einiges an Profit mitfahren. Dann haben wir schon mal 250 Euro weg, Freunde, und die nächsten 100 Euro stecken wir ganz klar in Cardano. Über das Potenzial und die Zukunftsorientierung von Cardano haben wir schon massig viel gesagt. Cardano ist einfach absolut zu empfehlen. Cardano ist extrem zukunftsorientiert. Macht man vor allem als Neueinsteiger, der nicht weiß, woran er investieren soll, nichts falsch mit. Mit Cardano seid ihr immer gut beraten. Wir nehmen 100 Euro von unseren noch verfügbaren 250 und stecken sie in Cardano rein. Damit haben wir einfach eine gute Aussicht auf die Zukunft. Cardano ist definitiv auch ein zukunftsorientiertes Langzeitding. 100 Euro rein, gucken was passiert. Als Anfangsinvestition ist das sehr gut. Wenn ich dabei noch vorwegnehmen darf, dass wir auf realistische Kursziele von 20 Dollar pro ADA-Coin zusteuern, muss ich euch nicht sagen, dass wir damit 100 Euro dann auf 20 Dollar schon relativ lukrativ rausskalieren. Ist eine wunderbare Sache. Macht ihr definitiv nichts falsch mit. Cardano 100 Euro Gibi. Coin Nummer 3, wo ich jetzt die nächsten 100 Euro von unseren noch verfügbaren 150 rein investieren würde, wäre die Position darunter Ripple XRP. Wir befinden uns momentan noch in einer etwas ekligen Phase bezüglich XRP, weil wir einfach noch in dem Gerichtsverfahren mit der SEC sind. Wer jetzt nicht direkt weiß, worum es da überhaupt geht und wovon ich rede, einmal aufs i klicken, da wird euch genau erklärt, was da gerade los ist und vor allem auch, welches Potenzial nach oben XRP noch hat. Wir notieren hier ganz astronomische Preise für XRP in der Zukunft. Wird immer ein Top 5 Kandidat bleiben anhand Marktkapitalisierung. Use Case ist vorhanden, Zukunftsorientierung ist vorhanden. Einfach XRP ist meiner Ansicht nach definitiv ein Ding, womit wir auf lange Zeit einiges an Profit einfahren werden. Freunde, jetzt haben wir noch 50 Euro zur Verfügung. Was machen wir damit? Also ich sage euch ehrlich, außer Top 20 und auch Top 30 und auch Top 40 kommt jetzt nichts mehr. Wir nehmen jetzt die 50 Euro und versuchen die in einen Coin zu verlagern, wo wir mit 50 Euro noch so viel Rendite und Maximum rausproduzieren können, wie nur möglich. Die, die den Kanal schon länger verfolgen, die werden natürlich wissen, was jetzt passiert. Einmal Suchschaltfläche, Travalla. Aber sicher doch die. Travalla ist so ein Ding, Freunde. Ich sage euch, ich glaube daran bis zum Tod. Ich stecke da voll drin. Sind einfach Preise, wo ich echt neidisch werde, weil ich habe echt teurer bei Travalla eingekauft. Hab natürlich bei den Preisen, die wir jetzt gerade bei Travalla haben, aufgrund der harten, kompletten Marktkorrektur, hab jetzt natürlich extrem aufgestockt und nochmal richtig reingebuttert, weil Travalla ist ein Teil, wo ich mir absolut keine Sorgen mache, dass wir uns jetzt bei solchen Preisniveaus hier manifestieren werden. Travalla wird mit seiner Zukunftsperspektive, wenn die Reisebranche wieder anläuft, extrem nach oben schießen. Wir haben hier mal 50, mal 100 Potenzial mit 50 Euro. Rechnet euch das aus. Also für so ein Anfangs-, für so ein Startkapital, um dann weitergehend in den Kryptomarkt rein zu investieren, zu reinvestieren, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach eine extrem lukrative Investition. Die 50 Euro kann man da mit gutem Gewissen reinstecken. Trotzdem ist es meine Pflicht als YouTuber, der in diesem spekulativen Bereich berichtet, vor allem für Neuansteiger, die anderen wissen es natürlich, nochmal zu sagen, ich stelle hier keine Anlageberatung dar, bin ebenso nicht Krösus oder Jesus. Ich kann nicht sagen, was morgen auf dem Kryptomarkt passiert. Wir handeln hier in hochspekulativen Gewässern. Durch bestimmte Indikatoren und Triggerauslöser kann auf dem Kryptomarkt einfach sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer und unvorhersehbarer Zeit passieren. Bedeutet, habt immer im Hinterblick, weil euch ein YouTuber oder eine Person XY sagt, dass das eine gute Anlagemöglichkeit wäre, um Geld rein zu investieren. In meinem Fall soll euch das nur als kleine Inspiration dienen, dass ihr euch so einen gewissen Anhaltspunkt machen könnt, was könnte ich mit 500 Euro machen oder egal von welchen Beträgen wir sprechen. Ich rate niemandem dazu, offensiv Geld in diesen Markt rein zu investieren, weil euer Geld könnte morgen, übermorgen, nächste Woche futsch sein. Das sind einfach nur Empfehlungen, dass ihr euch selber Gedanken darüber macht. Beschäftigt euch immer schön mit den Coins, die ihr attraktiv findet, in die ihr meint, es wäre lukrativ und denkbar, da Geld rein zu investieren. Das ist euer Geld, da habt ihr wahrscheinlich hart für gearbeitet und wenn ihr das in den Markt rein investiert, seid euch bitte vom Kopf her und auch vom Bauchgefühl her sicher, dass ihr mit der eventuellen Konsequenz leben und umgehen könnt, wenn dieses Geld dann am Ende einfach nichts mehr wert ist, weil besagter Coin aus welchen Gründen auch immer einen absoluten Sittich gemacht hat und voll abstürzt. Passiert in den seltensten Fällen, vor allem wo wir uns in der Top 10 befinden, Top 5, um nochmal ganz auf Nummer sicher zu gehen für die Neueinsteiger, ist die Chance, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass so ein Szenario eintrifft, aber die rein mathematische und rechnerische Möglichkeit ist gegeben, dass sowas passiert, deswegen, dass wir das auch nochmal geklärt haben, immer Vorsicht walten lassen, bevor man Geld irgendwo reinsteckt. Ich habe euch jetzt aber mal gesagt, was ich mit 500 Euro anstellen würde. Ist nicht viel in Kryptomaßstäbe, aber irgendwo muss das Geld ja hin. Ich halte nichts davon, diese Beträge dann direkt in ein Coin reinzubuttern. Natürlich, das kann man gerne tun, wenn ihr 500 Euro zur Verfügung habt, nicht mehr und nicht weniger und ihr sagt, ey, da gibt es ein Coin-Projekt, wir nehmen uns jetzt mal beispielsweise Cardano, wo ihr sagt, ey, alles andere ist mir irgendwo zu suspekt. Cardano glaube ich voll dran, ich stecke da 500 Euro rein. Wenn ihr mit eurem Bauchgefühl da zufrieden seid, ist das eine klasse Entscheidung. Wie gesagt, Cardano ist so ein Ding, wo man absolut nichts falsch macht. Einmal nochmal hier aufs i klicken, dann kriegt ihr auch nochmal, da schwerme ich auch nochmal kurz und knackig davon, wie geil ich doch Cardano finde und wo wir irgendwann wahrscheinlich mal landen werden. Und 20 Dollar, Freunde, da sind wir uns einig, sind absolut realistische Prognosen. So, jetzt habt ihr 500 Euro hier reingebuttert und was euch jetzt noch übrig bleibt, ist abzuwarten, Tee zu trinken, Gewinne mitzunehmen, keine Panik zu bekommen, um nirgendwo Nonsens-basiert Gelder hin und her zu schieben. Denn durch die Transaktionsgebühren macht ihr immer einen gewissen Teil Verlust. Das sollten vor allem Neuansteiger auch immer bedenken, wenn ihr jetzt Geld in CoinXY beispielsweise in Ethereum steckt, wo die Transaktionsgebühren dann nochmal extra hoch sind, höher als bei anderen, einfach weil es auf Proof of Work läuft. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ey, finde ich jetzt doch nicht mehr so interessant, nimm das ganze Geld und Verlager in Polkadot beispielsweise, dann denkt daran, dass ihr gewisse Transaktionsgebühren zahlt und ein bisschen von eurem Wert verliert. Krypto ist eine Langzeitsache, seid euch im Vorhinein sicher, in was ihr investiert, damit ihr im besten Fall der Fälle das Geld dann da auch auf Langzeit liegen lasst. Sowieso wollen wir an der Steuer vorbei, deswegen ein Jahr am besten sowieso nichts anfassen. Ich weiß, das bleibt nicht aus, ich bin auch ein Mensch, ich schiebe dann ab und zu mal hin und her, vor allem ich realisiere Gewinne und verlagere meistens in den Bitcoin. Aber das brauche ich euch ja nicht erzählen, ihr seid ja auf dem besten Stand, Freunde. Mich würde jetzt interessieren, was würdet ihr mit 500 Euro machen? Ihr belehrt mich gerne eines Besseren, gebt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Ich freue mich auch Video-Ideen, Freunde, wenn ihr neu hier seid, natürlich Abo dalassen, lasst die Krypto-Gang-Community wachsen, wir werden immer größer, extrem nice. In diesem Atemzug wollte ich euch dann auch nochmal um Rat fragen, was haltet ihr von der Telegram-Gruppe? Mehrere haben es in den Kommentaren schon vorgeschlagen, wie es aussehen würde, was ich davon halte, eine Telegram-Gruppe zu erstellen. Bin mir dann auch unschlüssig, ob wir schon an dem Standpunkt sind. Deswegen einmal die Frage an euch, Freunde, was haltet ihr davon? Telegram, seid ihr dabei oder nicht? Logisch oder nicht? Und ansonsten macht euch einen richtig entspannten Sonntag. Morgen geht der Alltagstrott wieder los. Wir sehen uns dementsprechend natürlich morgen wieder, Freunde. Bleibt gesund und denkt dran, das ist wie Spiegel. Wir sehen uns.